Die Situation in München bleibt angespannt. Am Wochenende findet das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Israel statt. Anlass ist der 50. Jahrestag des Münchner Olympiadentats. Bereits im Vorfeld kam es vermehrt zu antisemitischen Ausschreitungen. Kritik an der Veranstaltung wächst. Wir müssen das Spiel absagen. Was steht da? Tod für Israel. Unser Team geht davon aus, die Bedrohungslage innerhalb der nächsten Stunden genauer einschätzen zu können. Wenn Sie Blut vergessen wollen, sollen Sie das bekommen. Dein Kollege von Mossad wird euch bei den Ermittlungen unterstützen. Er hat im Darknet einen Post gefunden. Tu mir den Gefallen und behörd ihn im Auge. Maria Köhler. LKA. Simon. Das ist Karin Obdelserland. Er wird vom Verfassungsschutz überwacht. Woher hast du das? Das ist Stasis-Scheiße, sowas. Die haben ganz andere Möglichkeiten als wir. Das ist nicht dein Ernst, Michael. Moral muss man sich immer leisten können. Ich vertraue dem nicht. Kein Mensch hat davon gesprochen, dass du ihm vertrauen sollst. Und? Wie gefällt dir in München bisher? Wir werden nicht ein Wiederholen von 72. トボatvers. Wir werden nicht verrehen. Der Travenden macht sich immer wiederholen. Wir werden uns nicht verraten. für chúng, dass wir die Zeitthalde-Warat verraten. Wir werden uns auch in München verraten. Die Zeitthalde-Warat. Untertitelung des ZDF, 2020